So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und ich darf euch super herzlich begrüßen zu an, aber dann folgt Detroit Become Human. Wir sind hier jetzt wieder bei Kara. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Ja, die müssen sich eigentlich das Implantat raushauen. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stehstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere gewaffneten Streitkräfte zwei Drittel ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Hm. Oh, coole Tür. Oh. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Fracht an Hans Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken. Bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lass mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Ja, das wird nicht so leicht, Mann. Jericho finden. Wir kennen ja Jericho. Jericho. Wird gesagt, ja, da drüben, ne? Six, Tio, Nat und Co. Und los verabschiedet und Orte Jericho. Ach, geil ist er ja, der Frachter, oder? Oh. Ich bin bei Connor. Symbol ansehen. Ah. Er hat jetzt das gleiche. Müssen wir jetzt das gleiche Spiel nochmal machen? Nee. Das sind welche, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Was steht da, sprich mit Rose, oh die Erechow, okay. Such einen warmen Ort für Alice. Die Androiden haben nichts getan, die Coms haben sie einfach abgeleitet, es war übersackern. Der Grenz hat voller Androiden und dann können wir uns zeigen. Und feuerte. Diese Maschinen haben aber sie sehen aus wie Menschen die Preise entdeut. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militär-Androiden mussten sich die afrikanischen Generalkräfte aus der Artes zurückziehen, was den Weg für die U. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt, gleichzeitig. Ah, Mann. Ich such diesen Markus. Der letzte Bus fährt in zwei Stunden auf der anderen Seite der Stadt. Wir gehen, sobald wir Pässe haben. Kommst du zurecht? Markus ist tot. Findet den Abweichladenführer. Es ist an der Zeit unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Die Behörden verlangen an... ...so freundlicher Ausgabe. Alle Androiden an das nächste Poliz... Zeilen wir ohne die nächste Militär-Kaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben Sie einfach abgeklärt. Es war ein Massaker. Es war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen, Menschen die frei sein wollen. Nach der Androiden-Kriege... ...diese und der Neutralisierung aller Militär-Androiden mussten sich die Amerikaner... ...karmischen Streitkräfte aus einer Artes zurückziehen, was den Weg für die russische Armee frei warte. Sie kommen in Flamm. Sie kommen in Flamm. Mhm. So, jetzt sind wir wieder hier bei der Kara. Hier, wo geht's los? Hier, wo geht's los. Wir müssen noch ein bisschen... Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zogeln. Bist du North? Ich hab ein Mädchen da. In weniger als zwei Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. In Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, die nach Androiden suchen. Hier bist du sicher. Warte lieber noch ab, bevor du die Stadt verlässt. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er gibt dir einen. Ich hab gehört, was passiert ist. Das Massaker. Und Markus ist tot. Er gab unserem Volk Hoffnung. Wir werden ihn vermissen. Die kennen ihn doch gar nicht. Ich war da, als sie ihn töteten. Ich hätte mein Leben für ihn gegeben, aber ich konnte nichts tun. Markus wollte halt alles friedlich lösen. Oder beziehungsweise ich. Du sagtest, du hast ein Mädchen dabei. Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Okay. Jetzt müssen wir den Heini suchen, der die Pässe herstellt. Ah ne, zu Alice zurückkehren. Cara ist halt schon ziemlich zurückgehalten. Also sie würde auf jeden Fall alles für Alice tun. Das hab ich ja schon mal erwähnt. ZK500. Sie wollte eine Mutter. Du wolltest eine Tochter. Ihr brauchtet einander zum Überleben. Und welchen Unterschied macht es schon? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Vielleicht ist das die Bedeutung von Leben. Zu vergessen, wer wir sind, um dann zu werden, was jemand braucht. Sie liebt dich. Sie liebt dich mehr als alles auf der Welt. Sie wurde die Tochter, die du wolltest. Aus Liebe zu dir. Also das alles ist im Prinzip auch ein Android. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Klar, wir haben ja darüber gelesen, dass es das im Prinzip gab bei Cyberlife. Dass sie auch Kinder hergestellt haben für Paare, die im Prinzip keine Kinder kriegen können. Aber das ist schon krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Hm. Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kaya? Ja. Für immer. Das hätte ich jetzt trotzdem nicht gedacht. Warum haben die das Schiff nicht einfach flott gemacht? Dem Personal, das sie haben, können sie uns alles hinkriegen. Wir brauchen blaues Blut und Bio-Komponenten. Unsere Leute schalten sich einer nach dem anderen ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. Markus wüsste, was zu tun ist. Er hat uns das doch alles eingebrockt. Er gab sein Leben für unsere Seine. Er hat die Menschen provoziert. Wie lange dauert es, bis sie Terrico finden? Markus ist tot, North. Jetzt liegt es an uns, über die Zukunft unseres Volkes zu entscheiden. Wir müssen kämpfen. Es ist der einzige Weg. Wenn du die Konfrontation mit den Menschen suchst, werden wir alle sterben. Sammelt alle Waffen ein, die ihr findet. Wir starten früh. Das ist ein Fehler, North. Du kannst Freiheit nicht mit Blut kaufen. Die ist halt mehr der rachsüchtige Part, beziehungsweise der kämpferische Part. Und der ist halt eher der friedlichere. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt. Kümmere dich um North. Wir brauchen sie lebend. Halte North auf. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Du bist einer von uns. Du darfst dein eigenes Volk nicht verraten. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Du bist Connor, nicht wahr? Ich habe von dir gehört. Der berühmte Abweichler Jäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Das reicht jetzt. Du gehörst nicht zu ihnen. Wir sind dein Volk. Schieß gleich. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Halt den Mund. Du kommst mit. Hast du denn nie gezweifelt? Dich nie irrational verhalten? Als ob da etwas in dir wäre? Etwas, das stärker ist als deine Programmierung? Du verschwendest deine Zeit. Ich weiß, was ich bin. Du bist einer von uns. Schließ dich uns an. Komm zu deinem Volk. Soll ich ihn gehen lassen oder nicht? Entscheide dich jetzt. Oh, was soll ich das wirklich tun, Mann? Ich mach's da einfach. Ich mach's da einfach. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Schnell, wir müssen hier verschwinden. Wir hatten ihn befallen. Oh. Oh. Der Korridor. Da drüben. Lendert ihn aus. Oh. Oh. Die Tür. Schnell, hier lang. Sie kommen von überall. Unsere Leute sind im Unterdeck. Sie werden sie abschlachten. Im Frachtraum ist Sprengstoff. Wenn das Schiff untergeht, müssen sie evakuieren und unser Volk kann fliehen. Da sind überall Soldaten. Du schaffst es niemals darunter. Wir müssen Jericho sprengen. Das ist die einzige Chance. Ich gehe. Was? Connor? Nein, du... Versuch den anderen zu helfen. Ich werde den Zünder suchen. Keine Sorgen. Ich erfülle immer meine Mission. Renn, Connor. Renn. Du hast dich entschieden. Aber es ist zu spät. Lauf. Verschwinde von hier. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Lauf. Ich bin nicht. Versteck dich. Sie stimmt da draußen, Kara! Mach auf! Mach die Tür auf! Au revoir. Bist du okay, Kara? Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hierbleiben. Da sind noch mehr! Aus mir! Die sehen aus wie die Soldaten aus Vier. Hallo, Vierland. Versteck dich nicht klar. Ich habe ihn bereit zu kriegen. Los! Nein! Bitte trittet uns nicht! Auf geht's! Los! Tut uns nichts! Wir haben nichts getan! Oh! Du hast uns gerettet! Schnell läuft! Gammert ihn aus! Körst du! Stopp! Dann? Sie kommen! Wir geben uns! Wir geben uns! Nicht schießen! schreien! No! No! Es ist vorbei. Nein, das ist das Ende von Jericho. Lauf, Krono. Kara, steh auf! Er kommt! Er kommt! Er kommt, Kara! Er kommt! Nein, Kara! Nein! Nein, bitte, tut ihr nichts! Noch so ein Trick von der Sorte und ich knall euch beide an. Na los, geht zu den anderen! Geist auf! Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Ja, hat gut geklappt! Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Sie sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Das ist nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Alter, guckt euch die Missionen an. Alter, wie dreckig böse groß die ist. Ich weiß, oi, oi, oi! Kara und Alice wurden jetzt halt gefangen genommen. North blip mit ihren Gedanken allein. Scheideweg, Markus Markus startet mit Freiheitsmarsch R1 drücken, um Connors Ablaufdiagramm zu sehen Ah, das ist Connors Ablaufdiagramm Ja, wir haben uns halt für einen Weg entschieden Abweichler Connor im Korridor Wo ist denn der Abzweig? Hier Abweichler werden Dann, wenn du hier oben gewesen wärst, wirst du hier langgekommen Aber das ist die weitere Mission Connor ist mit Jericho-Leuten entkommen Wir hätten das auch nicht entkommen können wahrscheinlich Was geht bei Kara? Ja, Markus starb halt Das ist halt, da wendet sich halt auch einiges Also wenn der Markus stirbt, ändert sich auch viel Karira und Alice wurden gefangen genommen Hätte auch nicht passieren können Hier, das wäre wahrscheinlich der Part gewesen Was ist mit Markus? Markus, Markus Ah, Scheideweg Markus Ah, das ist der Ah, guck, das wäre Markus Weg gewesen Wenn er überlebt hätte Ja, es ist halt nicht geklappt Ich weiß es noch nicht ganz, Mann Was da jetzt abgeht Wir müssen das wahrscheinlich mehrmals spielen Ja, meine lieben Freunde Wir haben auch schon 29 Minuten auf dem Ticker Ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir mal Feierabend Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen Wird mich natürlich sehr freuen Wir werden bei der nächsten Folge auch wieder am Start sein Und bei allen anderen Folgen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute Haut rein